Naja, wir treffen uns am Panzer Z Wir campen hier, warten auf dich Guck mal, zwei Einzelspieler, Alter Das ist auch komisch, ne? Ich war mir aber krass sicher, dass der Typ irgendwie anders aussah Er hatte keine blauen Wester an, den ich gesehen hab Er sah aus wie ein Hedgling Eine Pistole oder sowas Ich hab keinen gesehen, ich hab nur gesehen, dass er schon nach unten war, Alter Ich hoffe, dass der TriZepter liegt und nicht irgendwo unterwegs zwischen der Falle angekommen ist Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den AI 2 da noch reingesteckt hab Unterwegs Oh gut, mit dem Spiel ist alles möglich Ne, hier liegt ein Skate backpack, hier liegt mein TriZep nicht Der TriZep wird sich irgendwie selbstständig gemacht Witzig, mein Skate backpack, der ist sogar versichert von mir Der liegt hier leer Den hast du ja auch abgelegt Nein, den hab ich in den TriZep reingepackt So Aber der TriZep ist nicht da Ich hab ihn nicht Ich hab ihn auch nicht Das ist eine freaky scheiße, Alter Nimmst ein TriZep mit und dann dann steht sie plötzlich den Rucksack los da Magic Vor allem sind wir noch zwei Ich hab noch nie überlebt Das ist nicht so dramatisch, aber Hab ich da noch reingepackt 1, 2, oh nooo Ihr hätt ja auch was weiß ich was sein können, mein Gott Packst du da deine Doctex rein, oder so Waffen Mal keinen Doctex fahren Bam Ja Kalt Nudeln Nudeln, keine Ahnung Ich denke ich schon kröpisch an damit, Alter Ja Geh behindert Ich meine, hab ich hier noch nen Rucksack Was ist der TriZep plötzlich? Der imaginäre TriZep Was ist der TriZep plötzlich? Der imaginäre TriZep Bist du behindert? Was ist er gar nicht? Was machst du da? Na halt deine Fresse Was macht ihr da? Gebt doch beide nen TriZep auf Habt ihr behindert? Bist du doof? Bist du das nicht? Nein Ich bin das nicht Wer ist das? Wer ist denn das von euch? Das ist keiner von uns, Digga Das ist keiner von uns Ich bin jetzt hinten an den Stein, da wo der so Ich bin das nicht, ne? Der cheatet Oder was auch immer der macht Läuft den begattert hinterher, Alter Und ich dachte mir Du verarscht mich, Digga Der hat den TriZep wahrscheinlich Der hat den TriZep, das ist der Durchsucht, den hab ich durchsucht Das ist der TriZep Ja, hier ist Wasser drin Hier ist ein Scaffbackback drin Und ein Pineapple Juice Wo ist der? Hä? Und der läuft mir, und der läuft mir mit der Axt hinterher Und ich dachte mir jetzt, Beck, was machst du denn da die ganze Zeit, Alter? Hattet ihr meinen Scheiße bekommen? Ey, ich guck den an, ich so Beck, verarscht mich doch jetzt nicht Ohne Scheiß? Ich dachte mir so Ich dachte mir, warum schmeißt du denn da jetzt Granaten, Alter? Seid ihr behindert? Ich kack dir Beck, warum schmeißt der Granaten?